der als gesetz wir gehen locker ins an färfen sehr schön wenn ihr draußen trainiert ich kriege das ja mit und habe dann auch so ein bisschen das gefühl dass ich mit draußen drin seit dann hat auch das ja auch schöne musik auf die ohren gelegt habe draußen natürlich auch die jumping jacks genau hände komplett runter bis zur hüfte über dem kopf berühmt sich die finger spitzen auf full range of motion dann sind wir die komplette radios mitnimmt dabei sind dann die füße vor und zurück und die arme machen weiter super und lockert stellt euch bitte breiter schulabend auf stretch durch kommt tief runter durch gesteckte beine ob ihr es statisch macht so wie ich es gerade mache oder dynamisch wie die leer das wäre das dynamische wenn ihr mit bewegung macht warm up ganz egal beides vollkommen in ordnung wir kommen zur einen seite rüber und zur anderen seite und zur anderen seite linker zum rechten fuß und im wechsel die windmühle ihr kennt das ihr kennt man immer gleich damit man es sich merkt und wir kommen langsam hoch sehr gut und wir lockern die schulter finger zum spreiz arm geschleckt wir fangen an zu kreisen genau einmal richtungswechsel und einmal arm wechseln ihr seht links neben mir den timer er ist auf 36 minuten gestellt das liegt aber daran dass ich heute nur fünfte runden mit euch machen möchte einmal richtungswechsel und die erste runde kommt direkt zu beginn und danach wie gesagt eigentlich schon einer der hauptteile der heutigen stunde und dann arbeiten wir die anderen vier tabata einheiten ab und lockert sehr sehr schön also wie gesagt tabata erste runde startet gleich ihr braucht ein bisschen platz vor euch aber ziemlich entspannt alles okay 3 2 1 und wir öffnen und schließen wir lockern die schultermuskulatur ein bisschen dadurch wir wärmen sie schon mal ein bisschen auf und keine sorge die erste runde ist wirklich bewusst entspannt genau ich gucke gerade ob sie die timer erkennen kann ich hoffe ja die zahlen da drauf wenn der grüne Balken abgelaufen ist und in den roten kommt sind es nur noch ein paar Sekunden dann noch 10 Sekunden Pause jetzt sind es noch 10 Sekunden und wir können schon direkt in die nächste Übung gehen Knie anziehen, rausdrehen offiziell beginnt die Zeit erst jetzt jetzt ist es unten ganz bewusst lockern wir heute alles jetzt gerade das Hüftgelenk 10 Sekunden left sehr gut bleibt dabei ok super greifen die Kniekehle fangt an zu kreisen das Fußgelenk also die erste Runde ist eigentlich ein verlängertes Warm-up wir brauchen jetzt ein bisschen Mobility ein wir lockern die Gelenke weil die Runde darauf ein bisschen knackiger ist aber auch machbar super also wie gesagt lockertes Fußgelenk trainiert die Stabilisatoren vom Standbein das merkt ihr vielleicht einmal Richtungswechsel 10 Sekunden left und lockert wir gehen in die Kniebäume 10 Spitzlein nach außen bei der Schutterweite stimmungsprofil als ob ihr euch auf den Stuhl setzt und dann kommt ihr hoch merkt euch welches Bein sich gerade bewegt hat das andere machen wir auch noch hier nach also als ob ihr euch auf den Stuhl setzt die Arme können angewinkelt sein oder durchgestreckt wichtig ist dass der Bauchnabel eingezogen ist dass ihr nicht im Hohlkreuz landet und ansonsten ob ihr die Arme die ganze Zeit vorne habt hoch und runter geht oder ob ihr sie wegnehmen wenn ihr oben seid das spielt dabei keine Rolle die Arme nehmen wir deswegen nach vorne weil wenn ich es nicht tun würde würde ich nach hinten kippen dadurch dass ich das Gewicht nach hinten verlagere deswegen schön nach vorne die Arme und den Popo nach hinten rausschieben ich hoffe ihr wisst noch welches Bein ihr gerade benutzt habt wir greifen die andere Kniekelle und fangen an zu kreisen sehr gut auch hier einmal Richtungswechsel auch hier einmal Richtungswechsel runter mit den Händen zum Boden marschiert nach vorne wenn ihr vorne ankommen seid marschiert wieder zurück und wieder nach vorne schiert ein bisschen in die Liebesposition und dann wieder zurück 10 Sekunden 10 Sekunden und wer sich jetzt denkt das ist doch alles total easy was der gerade mit uns macht ja ich weiß nächste Runde Hände zum Boden wir drehen uns auf zur einen Seite und zur anderen Seite immer im Wechsel mal links mal rechts vom Gefühl her seit dem Hohlkreuz tiefer runter Stefan klein bisschen tiefer genau und dann dreht euch auf ob die Beine geschlossen sind oder ein bisschen geöffnet sind ist aber egal solange ihr gerade im Rücken seid versucht vom Gefühl her im Hohlkreuz zu sein das heißt Becken nach hinten raus dann seid ihr grundsätzlich gerade wenn die Hände am Boden sind seid ihr nicht mehr gerade eine der wenigen Übungen wo ein Spiegel auf jeden Fall nicht verkehrt ist sehr gut super letzte Runde ein bisschen Seilspringen ich will nochmal die Wagen und die Handgelenke lockern das heißt wir hüpfen von einer Seite und bitte wir kreisten mit den Händen denkt an das Springseil genau nachdem ich die Fußgelenke gelockert die Hüfte die Handgelenke ihr habt schon echt einiges in der ersten Runde jetzt schön warm gekriegt geschmeidig gekriegt für das was hier nachkommt genau bewegt die Handgelenke kreisen als ob ihr wirklich ein Springseil habt den Springseil würdet ihr auch natürlich die Kreisvergängung machen genau und ob ihr hier mit beiden Beinen springt oder eins und rest er holt euch kurz es geht direkt los ich stoppe den Timer gleich und zeige euch was wir jetzt gleich machen ihr kennt wahrscheinlich alle dieses Blatt so ihr seht jeder Buchstabe ist eine Aufgabe mit Wiederholungszahl wir werden jetzt dieses Wort trainieren Osterhase das ist passend zum Thema und wenn ihr jetzt schon mal guckt ich nehme einen Textmarker und werde euch jedes Mal den entsprechenden Buchstaben markieren der dran kommt dann seht ihr hier vorne ist eine O zwei Minuten Wall-Sit ihr braucht also eine Wand eine Wand eine Wand oder einen Baum irgendjemand der keinen Baum oder keine Wand hat kurz Handzeichen falls nicht gibt es da eine Tiefübung die wäre die hier in den Vierfüßern stand und die Knie in der Luft behalten auch das geht schön auf den Quadrizess wenn ihr so seid steigen wir direkt ein jeder ist positioniert ok in 3 2 1 und start genau wer was mit den Armen machen möchte nimmt sie auf Schulterhöhe und bewegt sie ansonsten seht zu dass die Oberschenkel parallel zum Boden sind 2 Minuten sind eine lange Zeit das weiß ich deswegen starten wir direkt mit den Heftigsten und vielleicht versteht ihr auch jetzt warum ich gerade eben gesagt habe wir machen die erste Runde ziemlich locker ich wusste nämlich was der erste Buchstabe ist so ihr werdet ein paar Burpees noch erleben ihr werdet etwas kurz erleben lasst euch überraschen welche Buchstaben so alle auf euch noch zukommen Sandra hast du keinen Baum ok sie geht ganz schnell wieder aus dem Bild genau sehr sehr schön versuch durchzuhalten die Hälfte habt ihr schon die Hälfte habt ihr schon wenn es nicht mehr geht steigt kurz aus und steigt dann wieder ein es hilft sich was Schönes vorzustellen zum Beispiel was mache ich nach dem Training nachdem ich geduscht habe gehe ich dann vielleicht noch eine Runde Rad fahren Philipp zeigt mir hier das internationale Zeichen für euch trinken Bier super halte durch es wird sich gleich anfühlen als ob ihr auf hohen Eiern lauft genau falls ihr aussteigt einfach wieder einsteigen 20 Sekunden noch es sind nur noch 20 Sekunden falls die Beine anfangen zu zittern vollkommen ok das ist ein gutes Zeichen 10 Sekunden 3 2 1 und locker 5 ihr habt den einen der heftigsten Fußstab der nächste ist das S 20 Squats jeder für sich direkt rein 10 Sekunden nach außen und direkt rein 1 2 jeder für sich Oberkörper gerade lassen man neigt zu irgendwann mal wenig zu machen das sollte nicht wenn ihr oben seid nie komplett einrasten ok wenn ihr die 20 vielleicht habt sage ich auch schon mal den nächsten 45 Jumping Jacks 45 Jumping Jacks jeder für sich und go 1 2 1 2 3 3 5 super auch wenn ihr noch dabei seid schaut bitte was der nächste Buchstabe ist das E eine Minute im Unterarm stützt eine Minute im Unterarm stützt Ellenbogen unter der Schulter entweder auf die Matte oder nimmt ihr den Rasen oder was da gerade so da ist erst wenn alle unten sind starten wir und 3 2 1 und go und nur halten eine schöne statische Übung Bauch und Rumpfmuskulatur Bauch und Rumpfmuskulatur Schulter all das wird gerade trainiert wenn ich von der Rumpfmuskulatur spreche ist der Bauch eigentlich auch involviert also den kompletten Rumpf euer Powerhouse Hälfte ab da eine halbe Minute noch hier ist wichtig dass ihr den Nacken entspannt nicht im Hohlkreuz seid aber den Popo auch nicht zu weit oben habt dadurch würdet ihr die Spangen rausnehmen 10 Sekunden noch 3 2 1 und Rest so beim E sind wir schon jetzt kommen wir zum R R ist eine Minute eine Minute eine Minute wall sit sucht euch eure Plätzchen an der Wand wo ihr schon eben wart und wir haben noch ein bisschen Zeit um die Position schon mal einzunehmen in 3 2 1 und go eine Minute 2 hattet ihr eben das heißt das sollte jetzt relativ easy für euch sein Oster habt ihr schon fehlt nur noch der Hase wie gesagt es jetzt gar nicht mehr geht kurz aussteigen reinsteigen ansonsten Zähne zusammenbeißen und einmal schönes Denken es sind nur noch 15 Sekunden nur noch 5 4 3 2 1 und Rest sehr schön Oster und jetzt kommt das H da weil es so schön war eben nach so rum 2 Minuten im Unterarmstütz 2 Minuten im Unterarmstütz ihr braucht entweder wie gesagt eine Matte oder aber den Rasen oder den Boden oder ein Handkopf wird es auch tun und 3 2 2 1 und start 2 Minuten hier ist wichtig wie gesagt dass der Nacken entspannt ist wenn ihr zwischen den Beinen durchguckt in dem Moment verspannt ihr den Nacken bringt euch auch nicht viel Entlastung habt ihr dadurch nicht Entlastung bekommt ihr wenn ihr den Popo zu weit hoch nehmt das sollt ihr auch nicht machen wir wollen ja die Bauchmustatur ordentlich auspowern und ins Hohlkreuz wollt ihr das Recht nicht denn das ist eine schädliche Haltung 1 Viertel habt ihr unser Plankmeister unser Elbow Plankmeister ist der Roy mit 30 Minuten und 32 Sekunden das heißt wenn ihr jetzt gleich diese 2 Minuten habt dann müsst ihr das noch 15 mal zu lang machen um den berühmten Pokal den Bootcamp Pokal zu bekommen wenn wir wieder draußen trainieren dürfen gibt es die nächste Meisterschaft so ihr seid schon ziemlich weit vorangeschritten denn ihr habt jetzt 3 Viertel der Zeit nur noch eine halbe Minute die letzte halbe Minute nur noch 15 Sekunden nur noch 5 4 3 2 1 und Rest sehr gut jetzt kommen wir zu einer Übung die unserem Florian gut gefallen würde und die meisten wissen schon was wir eine 10 Burpees 10 Burpees natürlich mit Liegestütz Hocke Leggestütz Streichsprung also Hocke nach hinten springen ein Leggestütz nach vorne springen Streichsprung 10 mal das ganze 3 2 1 und go zwischen die Hände kommt nicht die Nase sondern die Brust der Kopf ist die Verlängerung der Wirbelsäule und springt nicht auf die Handgelenke wenn ihr nach hinten springt nicht ins Hohlkreuz fallen 10 10 10 10 10 super macht noch fertig die zehn stück und ich mag schon mal den nächsten stamm an oder hat man schon mal so mag ich das ist ein s hase 20 super 321 und 20 kniebeugen genau tiefer runter sehr gut okay perfekt so viel ist gerade eingefroren oder die unten im sport und waren es alle fertig sind das erste ok ein buchstaben noch auf den hat man schon mal und eine minute plank ein und in die elbe planks also hier ist ja da wenn ihr so zeit kommt schon mal runter und in drei zwei eins geht es los eine minute nach dem osterhase trainiert und sei bestens darauf vorbereitet falls es morgen aus ans osterhase suchen geht es hat da 15 sekunden noch sonst sehr sehr schön trinkt was ihr wollt trinkt was erholt euch wir bleiben gleich auf der matte osterhase habt ihr trainiert diese blätter bringe ich ja immer wieder mit zum training wenn wir das machen kommt schon mal so vorher draußen trainieren wer so ein blatt und haben möchte um meinetwegen alle wochentage zu trainieren oder was auch immer dann könnt ihr mir gerne schreiben bescheid geben da bringt sie euch vorbei bzw ich schicke sie euch zu bringen jetzt kommt haben sie schlecht ok wenn es nur zeit kommt runter auf die matte trinkt ruhig was vorher wir machen nämlich jetzt wieder einen kleinen ausflug und zwar trainieren wir auf dem boden auf zeit gibt es sich um belastung 10 und hause acht mal das ganze jetzt kommt erstmal die pause von eben übrigens also keine sorge ich zeige euch ganz kurz welche übungen wir jetzt gleich machen wir rudern hände nach vorne knie an die brust rausziehen und wieder ran und rausziehen das 40 sekunden eine sehr sehr schöne effektive übung nächste runde bicycle crunch wir legen uns hin fingern schläfen einbein durchstrecken mit dem ellenbogen zum knöchel zieht bitte nicht am kopf fingern schläfen und wir drehen uns ein wichtig die schulter ist die ganze der luft das ganze wiederholen wir das ist um nummer vier danach kommen wir zu den geraden bauchmuskeln bei 90 grad stecken und die crunches kurze kleine bewegung danach händen in die hüfte eine ferse zum boden zurück zweiter fersen und ihr kennt das spiel das ist schon alles in fünf sekunden geht es los 321 und wir rudern genau eine sehr schöne effektive übung genau ihr könnt den rücken mitnehmen also muss nicht hier oben sein weil kann sich ruhig mitbewegen strecken die bein aber aus versuch sie wirklich ausstecken ihr habt jetzt gesehen ich habe euch nur vier übungen gezeigt das liegt daran dass wir nur vier übungen machen und legt wieder ab super weiß ich bin crunch oder zeit crunch auch genannt bein auf 90 grad fingern schläfen und ein bein ausschränken mit dem ellenbogen zum knie zum diagonal knie genau und streckt das bein aus versuch das bein richtig auszustrecken durch das ein drehen und das ausschränken des beines aktiviert die seitliche und schräge bauchmuskulatur wichtig gefühl ist auch wirklich euch dass ihr euch aufdreht weil ich weiß dass ihr auch so ans knie kommt mit dem ellenbogen genau bleibt dran bleibt dran es brennt super nächste runde runde nummer drei ist das gleiche wie runde nummer eins wir kommen hoch und wir rudern und wir rudern ganz gerade die beine ausstrecken mit die arme mit wenn ihr wollt ja ich weiß das ist jetzt anstrengend nicht absetzen die fersen was sie in der luft was sie in der luft da musst du dich wahrscheinlich ein bisschen weiter nach hinten legen und wenn du eine pause brauchst nimmst du sie dir und steck dann wieder ein also ich halte ich halte ich halte ich halte ich halte ich halte und nach super ihr merkt wahrscheinlich dass die beine schwer geworden sind wir haben jetzt auch schon ordentlich was getan das ist die schulter die ganze zeit der luft nicht absetzen bleibt die ganze zeit mit der schulter in der luft was auch nicht zu sehr am kopf zu ziehen sondern fingern schläfen ellbogen nach hinten ausdrehen besonders der hintere ellbogen wenn die idee ganz weit nach hinten ausdreht dann habt ihr die seitlichen baummuskeln aktiviert setzt ab sehr sehr schön crunches mit angehobenen beinen zwischen kinn und brust habt ihr den forstwerk platz beine angehoben fehlschläfen und löst die schulter die ganze zeit vom boden in der obersten position diese kurze kleine bewegung ich weiß ich habe eine ganz knackige bauchrunde für euch ausgesucht aber ich wette ihr kriegt das hin bein auf 90 grad genau super wenn ihr schräg oben den punkt fixiert bleibt der abstand zwischen kinn und brust gleich eine faust breit glatt sagt man so ganz grob sehr gut obere teil der boden muskeln super das soll jetzt richtig schön hier im oberen teil unter den rippen brennen hände in die hüfte bei 90 grad eine fersen zum boden zurück zwei werden zum boden zurück beide fersen zum boden beide fersen aber bitte nur so tief wir den unteren rück auf dem boden halten könnt wenn ihr merkt ihr seid im wohlkreis legt den kopf ruhig ab sandra legt den kopf ruhig ab oder schau nach oben genau kopf ablegen ich gucke nur die ganze zeit um euch zu sehen deswegen verkraft ich mich und tue meinem nacken nichts gutes aber ich will ja nichts verpassen ihr macht euch gemütlich und schaut nach oben in den himmel ein zimmer decke absetzen super fünfte runde ist die siebte sechste die achte wir sind der siebten und die fünfte runde waren crunches mit angehobenen beinen bei 90 grad schläfen und warum wir die beine hoch nehmen kann ich euch auch verraten habt ihr sie aufgestellt arbeitet der hüftbeuger mit das heißt die bauchung wird leichter habt ihr sie oben ist der hüftbeuger ausgeschaltet dann muss wirklich der bauch alles hier hinbekommen um euch nach oben zu fördern und wenn ihr die schultern nicht ablegt die ganze zeit in der luft behalten ist die bauchmuskulatur unter dauerspannung keine entlastungsphase bleib dran bleib dran ich weiß es brennt ich weiß es brennt es ist fast geschafft super sehr sehr schön hände in die hüfte eine runde noch vor der pause bein auf 90 grad eine fersche zum boden zwei fersche zum boden beide fersche zum boden 10 Sekunden und rest sehr schön wenn ihr wollt macht euch aber kurz lang streckt die hände in die eine richtung füße die andere und atmet tief in den bauch hinein atmet wieder aus und wiederholen das zeichnet ein dadurch dass sie dann tief einatmet merkt er selber wie sich die bauchdecke hebt dadurch dehnt ihr schön baumstert an super seit rücken rechtes hochkommen wir greifen die kniekehle und kommen hoch jetzt wo ich gerade bei lea den hund im bild gesehen habe können wir direkt gleich mit dem dirty dog loslegen genau und zwar hände unter die schulter knie unter der hüfte wir öffnen das bein zu einer seite das ist der dirty dog wenn ihr so weit seid in 321 40 sekunden 40 sekunden das bein in eine richtung die gesäßmuskulatur die wird jetzt gerade trainiert die abduktoren arbeiten auch zehn spitzen sind aufgestellt wir kommen mit den knien gleich in die luft und eben auch noch mal das bein an was sich gerade bewegt hat wer möchte kommt auf die fäuste falls die handgelenke weht zeit läuft zeit läuft auf den händen und auf den fäusten wichtig ist dass entweder die hände oder die fäuste unter der schulter bleiben die knie unter der hüfte und der fuß der sich gerade bewegt hat der ist in der luft noch ein klein bisschen halte ich hatte natürlich und jetzt ist die pause super perfekt der fuß der jetzt gerade luft war derzeit zur decke oder zum himmel nach oben zeigen lassen und kleine kickbewegungen oben genau versucht auch hier den nacken zu entspannen wenn ihr zwischen den beinen durch guckt oder zum fuß den guckt seid ihr verspannt schaut ganz normal zwischen die hände und ein bisschen davor auf die matte und absetzen die handgelenke nächste runde durch die dort mit erweiterung ist das rein und ausstecken die kennt übung alle öffnet streckt aus muss kreisartigkeit also öffnen ausstrecken kreisartigkeit immer noch das gleiche bein immer noch das gleiche bein und auch hier entspannt der nacken genau die handgelenke nächste runde andere seite bedeutet schulter nur öffnen und schließen öffnen und schließen 20 sekunden noch sehr gut ihr wisst was kommt zehn spitzen sind aufgestellt wir lösen gleich die knie vom boden aus dem vierfüßer stand knie in der luft und der fuß der sich bewegt hat der ist auch hier angehoben genau es ist eine statische übung das heißt in die gerade draußen trainiert kann sein dass wir jetzt ein bisschen kälter wird etwas überziehen hat macht das einfach jetzt die knie ab locker noch mal die handgelenke und wir kommen mit dem fuß einmal richtung decke oder im himmel kurze kleine kickbewegung sehr gut sehr gut locker normal weiß acht runden auf den händen nicht gerade ohne wir öffnen strecken das bein ausrufen öffnen ausstrecken kreis die einwand jetzt schon fast auf die ziel gerade die nächste runde übrigens jetzt gleich kommt spielen wir eine runde wünscht dir was ich versuchte das hinzubekommen sehr sehr schön lockert lockert und trinkt was wenn ihr wollt okay wenn ihr nicht wisst wie das wünscht dir was spiel geht ihr sucht durch die übung aus die euch heute noch gefehlt hat oder die zur lieblings übung gehört falls euch keine übung einfällt jumping jacks gehen immer kurz gehen immer blanche da kommt noch gar nicht also die ausfahrschritte rachen twist was euch gerade einfällt und ihr fühlt es aber kurz an so sehe ich welche übung es ist und ich mache sie direkt nach und die anderen sehen dann welche übung es ist sandra du bist bei mir in der ersten kachel oben zeigt eine übung gut sein einfach zeigen was wir machen liegen stück muss und entweder auf den zehenspitzen oder auf den knie der kopf ist die verlängung der wirbelsäule wichtig hierbei zwischen die hände kommt nicht die brust sondern nicht zwischen die hände kommt die brust nicht die nase sorry und wie viel ihr davon macht ist euch überlassen wichtig arbeitet sauber leeren spannende nacken und bleibt dabei noch zehn sekunden meine zweite kachel was zeigt eine fülle und er zeigt mir was hat mir noch nicht glaube ich kommt an die und und kommt rein und haltet haltet sehr gut ja wir hatten ja nur drei minuten davon jetzt sind es drei minuten 40 wer kann von sich schon sagen dass er an einem samstag an ostersamstag drei minuten 40 eben wortel war sehr schön ich möchte ja auch das beide ordentlich brennen und alles andere auch so viel du bist von mir auf die nächste kachel überlegt ja schon mal was sehr gut und lockert super was zeigt sie ja und ok auch schritt zur seite müssen zusammen außer schritt zur seite das hinter der beise durchgeschreckt kommt wieder in die ausgerüstung zurück und in die andere richtung und zurück außen schritt zur seite und so gut dabei richtig nach hinten rausschieben und zurückkommen genau die arme könnt ihr durchgeschreckt lassen oder angegelt lassen wichtig ist auch hier hoch und hinten rausschieben sehr gut stefan du bist meine nächste karte da liegt ja schon mal was schön tief runter also erster schritt nach hinten zur seite dann den buch nach hinten schieben und runter gehen dabei ok was sagt er stefan nimmt die matte kommt auf den bauch kleine hackbewegen mit den armen und mit auf den markt blick dabei zur matte blick dabei zur matte super oberschängel vom boden lösen versucht die beine durchzuschrecken und die oberstelle vom boden zu lösen wer möchte kann auch die stirn auf dem auf der matte ablegen wenn ihr dadurch besser die arme bewegen könnt und die beine bewegen könnt macht das noch 15 sekunden bleib dran bleib dran steffi du bist die nächste bei mir auf der karte welche übung machen wir bleiben auf der matte oder kommen wir entstehen die jumping jacks auch schön wir kommen hoch ist hoch und runter ist auch anstrengend da finde ich toll wenn wir eine wechsel und abwechslung drin haben direkt die jumping jacks genau also drin seit und nicht hüpfen dürfte gibt es eine alternative das wäre die hier das ist um einiges leiser super bleibt dabei noch hin zum nächsten nächste karte ok was zeigt joachim und ellenbogen zusammen und öffnen zusammen und öffnen sehr schön noch eine schöne schulterübung hinterher wichtig hier bei ellenbogen bleiben auf schulterhöhe rücken gerade blick nach vorne und ohne schwung ruhig kommt kontrolliert ganz langsam also ihr müsst nicht auf geschwindigkeit gehen sondern langsam arbeiten bringt viel mehr sobald ihr schwung einbaut nehmt ihr die muskuläre belastung raus genau jeder der schmacht von euch versucht als liegestützte zeitlupe zu machen weiß dass die anstrengender sind als sie schnell sehr gut leer ist bei mir die letzte karte immer ein bildchen und rest was zeigt leer vw von hinten raus also leicht anwinkeln dass der oberkörper schräg wird dann den buchstaben v und das wv und das w beim w press die ellenbogen schöner hinten und die schulter wird zusammen pressen als ob ihr ein blatt papier mit der schulter wird es dann klären wollte genau bitte nicht hier vorne arbeiten das bringt nicht so viel wenn ihr als wenn ihr schön die schulter press macht und deswegen auch den oberkörper leicht nach vorne ausrichten sehr gut genau da wir jetzt gerade vier hunden die schulter mit drin hatten wollen die fünfte runde auch die schulter mit einbauen meine übungen handflächen nach oben und wir kreisen 40 sekunden zeit läuft warum ich jetzt gerade von vier schulter übungen spreche der stefan hat sich auf dem boden mit uns gelegt und hat kleine hackbewegungen gemacht da war die schulter aktiv die steffi hat jumping jacks gemacht da war die schulter aktiv der joachim hat die übung wie beim 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 butterfly gerät gemacht auf und zu die lehrer hat den vw gemacht auch da hatte ja natürlich und wenn ich jetzt noch diese übungen einbaut der fünf rund 40 sekunden schulter gab deswegen kurze kleine bewegung und das merkt jetzt wahrscheinlich auch gut so genau so soll sich das anfühlen also durch wir haben noch zehn minuten bis zum schluss eine runde tabata und dann seid ihr cool also letzte runde trinkt noch was wenn ihr wollt wir bleiben stehen wir bleiben stehen so braucht ein klein bisschen kratz überschaubar schlusser back lunge hände in den kopf händen pressen aus der position schulterbreite stand schritt nach hinten knie richtung boden zurückkommen wieder den schulterbreiten stand und die andere seite das ist die erste runde skater jumps gespringt zur seite berührenden boden und der hintere fuß ist in der luft die berührenden kurz der boden und japan zur anderen seite das ganze wiederholen wir sport jumpings füße zusammen wir japan rein und wieder raus und letzte übung parat führung nicht okay also prüster back lunge ausfall schritt zurück und zurück genau schön nach hinten ich sehe euch auf dem monitor wenn ihr die ellenbogen hinten presst dann seid ihr auch gerade im rücken und die schulter hat weiter etwas zu tun auch die hat jetzt gerade keine verschnaufen aus denkt man das ist die letzte runde er jetzt noch kraft hat erhöht die geschwindigkeit ein bisschen und hauert sich noch mal richtig aus ich habe bewusst übung gewählt wo ihr ins schwitzen kommt rest skater jumps ihr jumpt mit einem fuß zur seite und der hintere fuß zeigt nach außen und ihr gewinnen boden und dann geht es in die andere richtung und kommt gar nicht erst hoch kommt gar nicht erst hoch kommt gar nicht erst hoch bleibt unten sandler bleibt unten oberkörper ganz unten behalten dann habt ihr nämlich automatisch die beine die ganze zeit und nicht den fuß absetzen der fuß ist in der luft wir setzen doch nicht ab wir wollen die schwere variante leben genau und berühre den boden ruhig wenn es geht versucht den boden mal zu berühren falls nicht bleibt in der position oben auch das ist okay auch das okay lass den fuß der luft leer lass den fuß in der luft hinter dem fuß der luft lassen bleibt dran bleibt dran bleibt dran bleibt dran bleibt dran letzte runde super erste runde gleich die dritte zeit die vierte prüster beklang händler kopf hinten pressen und der startschuss fällt jetzt direkt los rein und in dem anwalt schöne schritt dahinten super hier hat jemand eine kleine entlastung das ist der obere jetzt aber dann lassen jetzt ist die belastung jetzt kommt der entlastung damit die entlastung bisschen minimiere lasse ich das bein immer ein bisschen angewinkelt ich komme nicht ganz hoch und warum ich das jetzt gerade so demonstrativ beklärt habe weil es geht das ist genau seite ich komme runter jetzt mein fuß der luft die brüder boden und ich komme nur direkt auf die andere seite und zeitlauf zeitlauf bleibt dran bleibt dran bleibt dran andere arm ist anderer anderer arm der andere arm rechte hand zum linken fuß und wechsel rechte hand zum linken fuß und dann wechselt den linken hand zum rechten fuß ja genau so super sehr schön der fuß in der luft bleibt dran bleibt dran eine der wenigen übungen wo ich jetzt gerade zugucke und weil die koop ein bisschen komplizierter ist sauber lockert lockert wir sind in der fünfte runde steffi guckt die ganze design ihre herzfrequenz ist ich hoffe schön hoch füße zusammen jetzt stammensquat und wieder raus hier bringen wir die füße zusammen in bewegung füße zusammen hände genau und wieder was super wenn ihr nicht hüpfen dürft macht ihr normales kurz auch das ok ansonsten bleibt in bewegung also wie gesagt haltet euch vor augen dass es die letzte runde ist das heißt wenn ich die sache sage die überraschungsübung zum mountain climber wisst ihr dass der fuß erhoben gejagt wird wir kommen runter hände unter die schulter knie am boden lang und 40 sekunden lang es ist jeweils nur ein fuß hinten das ist der finisher der muss noch mal brennen der soll noch mal das herz zum pokern super vorletzte runde der heutigen stunde vorletzte runde bringt die füße zusammen und und wieder raus kommt mit rein direkt loslegen wie gesagt es ist fast zu ende fast zu ende wenn ihr die squads ohne jumpings macht erhöht die frequenz schneller also rein 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 super damit ihr wirklich ja bleibt dran bleibt dran super ich bitte euch jetzt nochmal die letzte runde vollgas zu geben mountain climber gibt gummi und gas die letzten 40 sekunden danach kommt nur noch das cool ab und dann habt ihr es geschafft hin unter die schulter dann könnt ihr die beine besser legen hin teig und glaubt noch mal die letzten sekunden Sehr, sehr schön. Top. Super gemacht. Schön. Kommt zu atmen. Bringt den Brüssel runter. Sehr, sehr schön. Super. Nur noch das Cooldown. Trinkt, was ihr wollt. Philipp, nehmst du noch? Ja, da ist er. Sehr gut. Top. Gute Leistung, wirklich. Erholt euch kurz. Und dann gehen wir direkt ins Cooldown über. Und wir haben ein klein bisschen überzogen, aber nur ein, zwei, drei Minuten. Mehr auch nicht. Schön. Jetzt werdet ihr ausschützen. Beim Cooldown beruhigt sich das Herz. Und in dem Moment merkt ihr, dass euer Körper, die Muskulatur, das ganze Blut, das in die muskulische Pumpe wurde, runterkühlen möchte. Das kriegt er nur durch Schweiß hin. Okay, also wir fassen den Fuß am Sprunglenk fest. Bringt die Knie zusammen. Falls ihr wackelt, fahrt den Arm aus. Knie zusammenbringen. Und dann das Becken vorschieben. Genau, ihr könnt euch auch irgendwo festhalten, wenn ihr wollt. Dann setzen wir den Fuß hinter dem anderen Arm. Das ist die Position. Macht euch wieder einmal ganz lang. Und dann kommt es so weit runter, wie es die Dehnung zulässt. Für die Baden, Rückseite, Oberschenkel und den unteren Rücken. Ihr kennt es ja langsam. Wir kommen langsam hoch. Neben dem vorderen Fuß. Auch hier Arm sprunglich festhalten. Knie zusammenbringen. Und dann das Becken vorschieben. Meistens hat man eine Seite, die besser geht als die andere. Das merkt man meistens, weil man dann halt auch immer wackeliger ist. Becken vorschieben, falls nicht schon geschehen. Und dann setzen wir auch hier den Fuß hinter dem anderen Arm. Durchgestreckte Beine. Macht euch bitte einmal lang. Und kommt so weit runter, wie ihr runterwacht. Wir kommen langsam hoch. Schön. Stellen uns bereit, halt schon dabei auf. Umfassen das Handgelenk. Schieben wir dann nach vorne. Der Kopf und zwischen die Arme, den Bauchnabel einziehen. Hände nach vorne rausschieben. Das ist aus der Seitperspektive. Und wir gehen eine Etage tiefer. Die Ellenbogen auf die Oberschenkel. Zieht den Bauchnabel ein. Macht einen Katzenbuckel. Macht einen kleinen Hund. Und dann rollt euch bitte ganz langsam. Und wir gehen wieder auf. Super. Und angekommen. Bringen wir die Unterarm zusammen. Klappen auf. Oberarm sind parallel zum Boden. Daumen nach hinten. Wir bringen von den Daumen. Die Brustmuskulatur. Übrigens, morgen ist Ostersonntag. Ist allerdings nur in Brandenburg ein offizieller gesetzlicher Feiertag. Bedeutet, wir haben ganz normal unser Weekendtraining um 12 Uhr. Also, falls ihr nicht bei der Family seid oder nicht am Osteria suchen seid, könnt ihr euch gerne um 12 Uhr dazuschalten. Hände auf Schulterhöhe. Daumen nach oben. Daumen nach unten. Daumen nach hinten. Wir folgen den Daumen. Durchgestreckte Arme. Super. Bleibt schön oben mit den Händen. Aber ihr müsst am Morgen leider auch nochmal mit mir vorlieb nehmen. Denn die Mel ist bei der Family. Und genauso wie heute die Mandy nicht da sein konnte. Vergrößert den Stand. Direkt in die Hände hinein. Schaut zwischen beiden durch. Und zieht die Hände über den Kopf. Beziehungsweise in die Richtung. Aber keine Sorge, auch wenn ihr morgen zu mir kommt. Das Programm wird ein anderes sein als heute. Das heißt, ihr werdet nicht das gleiche machen. Ihr werdet nicht nochmal Osterhase malen. Oder schreiben. Wir kommen langsam hoch. Beziehungsweise trainieren werden wir Osterhase nicht. Vielleicht was anderes. Mal gucken. Arm vor die Brust hinter dem Ellenbogen. Feste Gegenpressen. Die Schulter ist weg von den Ohren. Wir schauen nochmal über die Schulter weg. Aktivieren dadurch die Schultermuskulatur, aber auch den Nacken. Dadurch, dass wir über die Schulter gucken. Wir lösen. Aber wir haben die Seite. Arm vor die Brust hinter dem Ellenbogen. Feste Gegenpressen. Schulter ist weg von den Ohren. Auch hier schon mal die Schulter weg. Und wir lösen. Klasse gemacht. Einen Applaus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017